Ich wollte dem Bruder Peter Dankeschön sagen, dass er uns mitgeteilt hat, über das Geschäftsleute. Und wenn es ein solches Treffen gibt, dann möchte ich jeden ermutigen von euch, falls ihr jemanden kennt, Freunde, die ein Geschäft haben, erzählt ihnen von diesen Treffen, denn diese Treffen sind hauptsächlich für Geschäftsleute. Und dort ist ein Ort, wo die Geschäftsleute Jesus Christus erhalten und akzeptieren können. Und das basiert auf das persönliche Zeugnis, soweit ich richtig verstanden bin. Und die Bibel spricht darüber, dass wir den Teufel überwinden werden durch unser persönliches Zeugnis. So nicht nur, was die Bibel sagt, aber was die Bibel für dich getan hat. Und durch dieses Zeugnis kommen viele Leute zu Gott. So diese Treffen passieren, es ist gut, den Geschäftsleuten zu helfen durch Evangelisation und ihnen diese Infos weiterzugeben. Sie werden euch dankbar sein, wenn sie sich bekehrt haben. Und die Bibel sagt, dass der weise Mann Seelen gewinnt. Amen. Vielen Dank. So, wir fangen mit dem Wort an. Wir beten zuerst für das Wort Gottes. Lasst jeden von uns den Herrn bitten um sein Wort. Im Namen Jesu. Vater, wir beten für das Wort Gottes. Schicke uns dein Wort. Wir brauchen dein Wort. Das lebendige Wort Gottes. Das ist uns verändert. Unser Herz verändert. Unseren Verstand ändert. Unser Leben ändert. Und unsere Familien ändert. Und unsere Firmen, unsere Geschäftsänder. Und die Gemeinden. Und auch selbst Tirol. In Jesu Namen. So, ich öffne jetzt mein Herz um das Wort Gottes zu empfangen. Amen. Amen. So, this is wonderful. Thank you, Jesus. Wir sind froh, wieder unter euch zu sein. Es ist ganz interessant, wir waren ja nicht in Spanien. Aber da hat es fast die ganze Zeit nur geregnet. Und hier war Sonne. So, Spain is here. Aber das Gute ist, dass wir zusammen waren mit unseren Söhnen. So, der Herr hat uns zusammengeschlossen die ganze Zeit. Wir hatten also genug Zeit miteinander. Und wir danken den Herrn für das, was er tut. Manchmal sind seine Wege ziemlich eigenartig. Aber es ist sehr wichtig, die Führung des Heiligen Geistes zu erkennen. Wenn du im Buch Numeri, das ist, glaube ich, der fünfte Mose, liest, vierte Mose. Okay. Im Kapitel 9. In den Versen 15 bis 23. Das ist nicht, was ich heute lehren möchte. Aber ich will es euch gerade mal so mitteilen. Da seht ihr ein Gebot, das Gott seinen Leuten gegeben hat. Es ist nicht eines der 10.000 Gebote Gottes. Vielleicht 10.001. Und das steht, folge meinem Geist. Das ist ein sehr wichtiges Gebot. Und wenn ihr diese Stelle liest, aber bitte zu Hause und nicht jetzt, dann werdet ihr das erkennen. Jetzt hört mir bitte zu. Also ihr seht, Mose hat den Altar gebaut, den Tabernake gebaut. Und als die Stiftshütte fertig war, dann ist die Wolke runtergekommen und hat die Stiftshütte bedeckt. Und die Herrlichkeit Gottes war in der Stiftshütte. Das zeigt uns nämlich etwas. Die Stiftshütte ist ein Symbol für die Gemeinde. Wenn die Struktur in der Gemeinde gut ist, dann ist sie auch bereit, dass der Heilige Geist sie füllen kann. Jesus hat gesagt, neue Wein in neue Weinschläuche. Wir wollen den neuen Wein, aber vorher brauchen wir die Weinschläuche. Denn wenn wir die Weinschläuche nicht haben, dann wird der Wein quasi verschüttet. Okay. So, 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 we, we need the, the Weinschläuche. Und, and, ja, this is for the church, it's important. Das ist für die Gemeinde, das ist also wichtig. So, we have to prepare the place for the Holy Spirit to come. Also, wir müssen den Ort vorbereiten, sodass der Heilige Geist kommen kann. We have to prepare our hearts. Wir müssen unsere Herzen vorbereiten. Because the hearts are the holy of holies. Denn die Herzen sind das Allerheiligste. Wir wollen den Heiligen Geist, aber wenn unsere Herzen nicht vorbereitet sind, wie soll er dann kommen? So, when the Tabernacle was ready, then the cloud came and covered the Tabernacle. Als die Stiftshütte also fertig war, so kam die Wolke runter und hat sie bedenkt. Und in der Stiftshütte war die Gegenwart Gottes. So, Moses entered inside and spoke to God. Actually, God spoke to him. So, the Tabernacle is the place where God spoke to him. So, in this place of the presence of God, also in diesem Ort, der Gegenwart Gottes, spricht Gott. That's why it's very important, when we speak about how God speaks. Deswegen ist es sehr wichtig, wenn wir darüber reden, wie Gott spricht. Gott spricht in his presence. Gott spricht in seiner Gegenwart. When God is present, then he speaks. Wenn Gott gegenwärtig ist, dann spricht er also. When he is absent, he doesn't speak. Wenn er nicht da ist, spricht er nicht. That's why we don't have to say, God told me. Deswegen brauchen wir nicht zu sagen, Gott hat mir gesagt. When we are not in his presence. When we are not in his presence. When we are not in his presence. First the anointing comes, then the word comes. Erst kommt die Seidung und dann kommt das Wort. You see in Genesis, the spirit moved up on the waters. You see in the first book Mose, that the spirit moved up on the waters. And then God said, Let it be light. Let it be light. But first the spirit was moving. But first the spirit was moving. with human strength. With human strength. But it is not the power of God. We need the presence. We need the presence. And it is like the car. That is the power of God. If there is no oil in the car. If there is no oil in the car. It cannot move. It cannot move. So, we need the oil. Some people say, It is so hard for me. A little bit of oil. And then you are going to move easier. So, the cloud was over the tabernacle. And this was the way the Lord was leading the people of God. You see, during the day there was a cloud. And during the night there was a pillar of fire. So, the presence of God was different. During the day and during the night. So, the way the Lord is leading you will be different. Also, the way the Lord is leading you So, the way the Lord is leading you will be different. During your day. Tagsüber. When everything is nice. When everything is nice. He will lead you by the clouds. He will lead you by the clouds. But during the night. Aber nachts. When everything is dark. When it's volle dunkel is. He will lead you by the fire. He will lead you by the fire. Everything is dark. Alles ist dunkel. Und es ist kalt in der Wüste. Wenn du sagst, ich bin so allein. Ich bin so allein. Und es ist so kalt. Niemand liebt mich. Niemand will mich. Ich bin abgelehnt. Meine Familie will mich nicht. In meiner Arbeit mag mich keiner. In der Gemeinde sagt keiner Hallo zu mir. Ich schicke jetzt eine SMS. Und keine Antwort. Also, du sagst, es ist kalt und dunkel. Viele Probleme. Und dann weinst du. Und dann sagt der Herr. Ich habe für dich eine Feuersäule vorbereitet. Also folge dem Feuer. Also folge dem Feuer. Wenn du unter dem Feuer bist. Wenn du unter dem Feuer bist. Dann ist da keine Dunkelheit. Dann ist da keine Dunkelheit. Aber das Feuer ist das Licht für deinen Weg. Auch während der dunklen Zeiten. Auch während der dunklen Zeiten. Der Herr hat ein Licht für dich vorbereitet. Ihr seht, die Gegenwart Gottes war mit dem Volk Israel für 24 Stunden am Tag. Es gibt nicht eine Minute ohne die Gegenwart Gottes. Der Herr hat für uns seine Gegenwart den ganzen Tag. Die Frage stellt sich also, ob wir seiner Gegenwart folgen. Denn seine Gegenwart bewegt sich. Gott bewegt sich. Gott bewegt sich. Gott ist aktiv. Und wir wollen gerne schlafen. Aber ihr seht, während dieser 40 Jahre in der Wüste. Die Wolke hat sich bewegt. Und keiner wusste, wann sich die Wolke bewegt. Das ist das Problem. Du kannst die Wolke nicht einplanen. Du kannst Gott nicht einplanen. Gott plant dich ein. Gott hat das Volk Israel geschickt. Ich weiß jetzt nicht, warum ich euch das erzähle. Denn ich habe die Botschaft hier. Entschuldigung. Das Volk Israel wachte also morgens auf. Haben Kaffee getrunken. Und sie schauen sich um nach der Wolke. Ah, da ist sie also. Ah, da ist sie also. Lasst uns also erstmal Kaffee nehmen. Alles ist okay. Ein Gebot. Folge der Wolke. Das reicht schon. Sie schauen also. Die Wolke ist da. Alles ist in Ordnung. Also sie gehen dann in ihre Zelte. Denn sie lebten in Zelten. Das zeigt uns, dass wir hier nur temporär auf der Erde herumgehen. Macht keine Pläne für tausend Jahre. So lange werden wir hier nicht sein. Du weißt nicht, wann sich die Wolke bewegt. Für manche Leute bewegt sich die Wolke nach oben. Für manche Leute bewegt sich die Wolke nach oben. Also ihr wisst ja, dass Jesus in der Wolke runterkommt und wir uns dort treffen werden. Aber die Wolke ist die Herrlichkeit Gottes. Wir brauchen seine Herrlichkeit. Aber wir müssen verstehen, dass wir manchmal warten müssen, bis die Wolke kommt. Oh Wolke, bitte komm. Oh Wolke, bitte komm. Aber die Wolke sagt, komm du. Also wir müssen folgen. Dann gehen sie also ins Bett. In ihr Zelt hinein. Aber da muss jemand sein, der sie beobachtet. Man muss die Feuersäule sehen. Wachet und betet, sagt die Bibel. Also haltet ausschauen nach dem Feuer. Ist das Feuer in dir drin? Oder ist es weg? Wenn das Feuer weg ist, gehst du aus dem Feuer. Es ist interessant, jemand sagte, die Bibel sagt, diese Zeichen sollen denen folgen, die glauben. Also die Zeichen werden uns folgen. Also wir sollen nicht den Zeichen folgen. Aber jemand hat mal gesagt, wenn die Zeichen dir nicht folgen, dann fange an, du denen nachzufolgen, bis sie dir nachfolgen. Also wir müssen den Zeichen also nachfolgen. Also was passiert? Während der Dunkelheit gibt es ein Feuer. Es bringt dir Licht. Es bringt dir Offenbarung. Selbst in schwierigen Zeiten. Psalm 23 sagt, Wenn ich durch das Tal der Dunkelheit gehe, dann werde ich keine Angst haben vor dem Bösen. Denn du bist mit mir. Das Feuer ist mit uns. Die Dunkelheit ist nicht der gefährliche Ort. Die Gefahr liegt darin, ob das Feuer bei dir ist oder nicht. Denn das Feuer, das gibt dir Licht. Es gibt dir Sicht auf deinem Weg. Es zeigt dir, ob es eine Gefahr ist. Und es arbeitet durch das Wort Gottes. Aber das Feuer bedeutet auch Wärme. Denn in der Zeit der Dunkelheit ist es in der Wüste ziemlich kalt. Es ist ungefähr 0 Grad. Und es ist kalt. Und du brauchst Wärme. In dieser dunklen Welt brauchst du die Wärme Gottes. Du kommst also nah ans Feuer. Wärmst dich. Es war so kalt. Es ist gut. In der Nähe vom Feuer. Bleib nah an Gott. Gestern habe ich etwas gesehen, was mir gefallen hat. Es war auf Bulgarisch. Aber ich werde es jetzt auf Englisch übersetzen. Bleib nah an Jesus. Bleib nah an Jesus. Damit der Teufel weit weg von dir bleibt. Wenn du in der Nähe vom Feuer bist. Dann gehen die Schlangen und Skorpione weg. Denn sie können das Feuer nicht aushalten. Sie können sich da verbrennen. In seiner Gegenwart. Aber tagsüber ist eine Wolke da. Und tagsüber ist es in der Wüste ziemlich heiß. 40, 50 Grad und noch mehr. Sie können auf den Steinen Spiegeleiern raten. Es ist sehr heiß. Und wenn die Wolke über dir ist. Dann wirst du von dieser starken Sonne beschützt. Du bist also bedeckt. Du bist durch die Gegenwart Gottes bedeckt. Und du bist von der starken Sonne beschützt. Das ist was die Gegenwart Gottes macht. Sie macht einen Schatten über dich. Und der Herr beschattet dich mit seiner Gegenwart. Sie beschützt dich. Und unter der Wolke ist auch Regen. Es ist vielleicht eine Wüste. Aber du bist unter der Wolke. Und du hast Regen. Und du kannst trinken. Du hast also Leben. Du hast also Leben. Wasser ist Leben. Und das Wasser ist ebenfalls ein Symbol für das Wort Gottes. Jeder ist vielleicht irgendwie in der Wüste. Er schaut nach Offenbarungen. Er spricht Offenbarungen. Er spricht Offenbarungen. Aus seinem Verstand heraus. Aus seinem Fleisch heraus. Aber wer unter der Wolke ist. Er hat frische Offenbarungen vom Thron Gottes. Genau in der Wüste. Denn in der Dunkelheit dieser Welt. In der Wüste dieser Welt. Bist du in der Gegenwart Gottes. Bist du in der Gegenwart Gottes. In einer Oase. Ja. So, das ist die Gegenwart Gottes für uns. Und die Wolke macht zwei Dinge. Und die Wolke, die macht zwei Dinge. Sie bleibt an einem Ort. Sie bleibt an einem Ort. Für eine bestimmte Zeit. Und nur Gott weiß für wie lange. Und das zweite ist, die Wolke bewegt sich weg. Und keiner weiß wann. Und keiner weiß wann. Du musst also wissen. Du musst also wissen. Ob die Wolke gerade steht. Oder ob sie sich fortbewegt. Weil, vielleicht war die Wolke gestern hier. Aber heute bewegt sie sich vielleicht weg. Du weißt es nicht. Sie kann vielleicht ein Jahr bleiben. Zehn Jahre. Fünfzehn Jahre. Fünfzehn Jahre. Oder einen Tag. Es gibt da kein Gesetz. Es hängt nur von Gott ab. Wir können also keine Vorausschau machen. Vorausschau oder Prognose ist von Menschen. Aber Führung ist von Gott. Und er möchte, dass wir uns seiner Führung unterordnen. Und er möchte, dass wir uns seiner Führung unterordnen. Und wenn die Wolke stehen blieb, so blieben sie auch stehen. Und genau an dem Ort, wo sie stehen blieb. Sie stehen. Aber wir mögen diesen Ort nicht. Du musst Gott folgen. Es spielt keine Rolle, ob es dir gefällt oder nicht. Du bist am schlimmsten Ort, am besten Ort, solange du dich unter der Wolke befindest. Und manche Leute haben Probleme, Gott nicht zu folgen. Denn Gott nachzufolgen schützt dich von dem Teufel. Ich werde euch zwei Beispiele zeigen. Als das Volk Israel aus Ägypten rausgelassen wurde, durch Moses, der das Symbol ist für Jesus, da kamen sie ans Rote Meer. Und sie konnten nicht weitergehen. Hinter ihnen kamen die Armee der Ägypter. Also die Ägypter würden sie entweder töten oder sie zurückbringen in die Sklaverei. Und alle Leute fingen an zu weinen. Oh Moses, wo bringst du uns hin? In Ägypten war es so gut. Manche Leute, wenn sie an Gott glauben, fangen sie an zurück zu blicken. Wenn sie das Rote Meer vor sich finden. Oh, es war so gut, als wir Sklaven noch waren. Es war zwar harte Arbeit, aber wir hatten genug Essen. Und es gab keine Gefahr zu sterben. Und dann hat Moses sich auch vor Gott auf sein Gesicht gelegt. Und hat angefangen, Fürbitte zu tun. Aber es gibt auch Zeiten, wo du etwas tun musst. Deswegen ist es wichtig zu beten, bevor die Probleme kommen. Denn wenn die Probleme kommen, dann solltest du besser vorher gebetet werden. Und dann musst du nämlich agieren. Und dann sagte Gott, nimm den Stab. Ja, strecke ihn aus. Über das Rote Meer. Und so wurde das Meer geteilt. Und so wurde das Meer geteilt. Praise the Lord. Es ist wunderbar, dort zu sein, diese Dinge zu sehen. Und das geschah unter dem Gesetz. Und was unter der Gnade ist, das weiß ich nicht. Dann ging das Volk Israel durch das Rote Meer hindurch. Und sie gingen also. Aber dann kam die Armee der Ägypter hinter ihnen her. Und schau, was der Herr jetzt getan hat. Vorher war vor ihnen die Wolke. Und es war auch eine Feuersäule da. Diese beiden Dinge zeigten dem Volk den Weg. Das Feuer zeigte ihnen also den Weg durch die Dunkelheit. Aber als der Feind von hinten kam. Und ihr müsst immer sehen, dass der Feind von hinten kommt. Er ist nämlich nicht ehrlich. Er attackiert dich, wenn du ihn nicht erwartest. Aber was die Wolke tat, sie bewegte sich weg von vorne. Und ging hinter das Volk. Zwischen das Volk und die Feinde. Und das ist, was die Gegenwart Gottes für uns tut. Sie scheidet uns vom Teufel. Sie schützt uns vom Teufel. Du bist vorne. Sie ist hinter dir. Und dann kommt der Teufel. Die Wolke war das Licht für Israel. Die Wolke war das Licht für Israel. Alles wurde während der Nacht hell, weiß. Aber für den Feind war die Wolke dunkelheit. Das ist erstaunlich. Das ist erstaunlich. Wenn die Gegenwart Gottes kommt, dann sind die Augen des Volkes Gottes geöffnet. Deswegen fangen manche an in der Gegenwart Gottes zu prophezeien. Denn die Augen sind geöffnet und sie sehen das Licht. Aber für den Teufel und seine Dämonen wird es dunkel. Und deswegen schreien sie in der Gegenwart Gottes. Und zittern. Sie haben Angst. Sie haben Angst. Und dann sagen wir Sei still. Ruhe. Ja. Ja. Aber ihr seht, die Dämonen haben Angst. Deswegen schreien sie. Für sie ist es dunkel. Ihr seht Elisa. Als der Feind die syrische Armee gegen die Stadt herankam. Und sie haben die Stadt umkreist. Und der Diener von Elisa sagte, Oh Meister, was passiert hier? Wir sind vom Feind umzingelt. Wir sind verworren. Ja. Aber was hat Elisa aber wirklich gesagt? Warum weckt ihr mich so früh am Morgen? Ich möchte ein bisschen mehr schlafen. Ja. Ja. Ich möchte ein bisschen länger schlafen. Und deswegen hat er gesagt, Herr öffne ihm die Augen. Und als seine Augen geöffnet waren. Da hat er eine Armee von Feuer gesehen. Um Elisa herum. Um Elisa herum. Ihr seht nicht um die Stadt. Aber um den Diener um ihn herum. Der in der Gegenwart wandelt. Jetzt könnt ihr ihn nicht sehen. Aber um die Gemeinde Gottes ist Feuer. Jetzt versuchen die Dämonen was zu hören, aber es ist sehr schwer für sie wegen dem Feuer. Wir befinden uns gerade am sichersten Ort von Tirol. Und ihr fühlt euch jetzt besser, oder? Ja. Und so Elisa betete wiederum zu Gott. Aber ihr seht, wenn jemand online ist, dann haben selbst kurze Gebete Resultate. Er betete, dass sich die Augen seines Dieners öffnen und sie öffneten sich. Und dann betete er für die Armee des Feindes. Und er betete, Herr, verblende sie. Vier Worte, das war das Gebet. Ein sehr langes Gebet, vier Worte lang. Die ganze Armee wurde blind. Und die ganze Armee wurde blind. Die Gegenwart Gottes bringt dem Feind Blindheit. Das ist die Gegenwart Gottes. Und dass man seinem Geist folgt. Ich weiß nicht, wie lange haben wir jetzt gepredigt verstanden. Ich möchte euch nicht müde machen. Aber wenn wir über Gebet und Fürbitte reden, denn die Bibel sagt, mein Haus soll ein Gebetshaus sein. Wir müssen fortwährend im Gebet sein. Im Geist. Du kannst nicht die ganze Zeit im Verstand beten. Denn du musst arbeiten. Dich um deine Familie kümmern. Aber im Geist. Du kannst eine Haltung des Gebetes einnehmen. Und wenn du in dieser Gebetshaltung bist, bist du kontinuierlich mit Gott und seiner Kraft verbunden. Die ganze Zeit kontinuierlich wandelst du in seiner Gegenwart. Erinnert euch, Jesus hat gesagt, wohnt in mir und ich wohne in euch. Ihr müsst in ihm wohnen und er wird in dir wohnen. Das bedeutet, wir müssen erst mal lernen, wie wir in seine Gegenwart hineintreten. Ich möchte euch sagen, es ist nicht immer leicht, in die Gegenwart Gottes hineinzukommen. Nicht alle Christen wissen, wie man in die Gegenwart hineinkommt. Nicht jeder weiß, wie er beten soll, sodass er in die Gegenwart hineinkommt. Das bedeutet, dass ihr im Gebet durch den Heiligen Geist geleitet werden müsst. Es ist gut, ein Programm zu haben. Aber wenn der Heilige Geist kommt und er hat ein anderes Programm, dann musst du auswählen und sein Programm wählen. Und das ist im Gebet. Das ist im Bibelstudium. Lerne dem Geist zu folgen. Das ist auch im Lobpreis. Ja, im Lobpreis. Ich möchte euch etwas zeigen. Diese drei Dinge müssen zusammen gehen. Ihr könnt Psalm 149 singen. Vers 6 und weiter. Lest es zu Hause. Ihr werdet also sehen, dass die Heiligen Gottes, sie haben zwei Waffen. Genauso wie ihr hier zwei Hände habt. Die eine Hand hat das Schwert Gottes, welches ist das Wort Gottes. Und das andere ist Lobpreis. Und das ist alles in der Fürbitte. Oder im Gebet, ja. Ihr müsst also wissen, wenn ihr betet, wie man diese beiden Waffen benutzen soll. Wie man das Wort Gottes benutzen soll. Denn es ist das Schwert des Geistes. Während des Gebetes gibt der Herr die Verse. Du musst diese Verse nehmen und sie aussprechen. Proklamiere sie. Und dann musst du wissen, wie du den Herrn preisen und ihn anbeten sollst. Sie müssen also zusammen gehen, diese Sachen. Du bist wie ein Boxer. Du bist in dieser Haltung. Du tust eine Sache. Du preist. Wort. Preisen. Wort. Und der Feind, der ist K.O. Amen. Du machst nicht nur so mit einer Hand. Du musst beide Hände nehmen. Du musst das Preisen und das Wort zusammen nehmen. Und du musst das im Gebet tun. Mein Haus ist das Haus des Gebetes. Und wir werden stark. Nicht nur im Lobpreis. Wir warten, bis das Lobpreisteam das Lied beendet hat. Das ist eine aktive Zeit. Für alle. Für alle. Amen. Ich glaube im 1. Korinther, Kapitel 9, Vers 26, Paul sagt, dass er keine Luftschläge macht. Manchmal machen wir Christen Luftschläge. Wir müssen den Feind verbringen. Du siehst sein Gesicht und triffst ihn genau ins Gesicht. Du ihn schlägst. 1. Runde oder 15. Runde. Du musst es tun. Du musst es tun. Aber wir müssen wissen, wie das geht. Ich möchte euch sagen, es ist so wichtig zu wissen, wie man sich im Geist bewegt. Jesus sagt, das Fleisch nützt gar nichts. Nur der Geist ist Leben. Meine Worte sind Geist und Leben. Wir müssen also wissen, wie wir das Wort Gottes im Geist benutzen sollen. Wenn das Wort Gottes im Geist angewendet wird, dann hat es Kraft. Wenn es ausgesprochen wird ohne den Geist, dann ist da keine Kraft. Das Gleiche wie das Gebet auch. Das Gebet ohne Geist ist schwach. Denn das Gebet heißt nicht Worte aussprechen. Gebet heißt Beziehung. Es bedeutet, du sprichst zu Gott, Gott spricht zu dir. Und Gebet bedeutet auch, dass der Heilige Geist durch dich spricht. Deswegen hat es Kraft. Wenn wir über Lobpreis sprechen. Wir kommen immer im Gebet und das Wort. Wir kommen also von unserem Fleisch in den Geist hinein. Es ist normal, wenn wir zusammenkommen, sind wir erstmal an dem Fleisch. Wir fangen an dem Fleisch. Wir fühlen uns alles andere als Gott zu preisen. Wir fühlen uns auch nicht danach zu beten. Wir kommen gerade aus der Welt. Aber Schritt für Schritt müssen wir den Weg finden. Manchmal kannst du sehen zum Beispiel, der Prediger beginnt zu predigen. Und er fängt da unten an. Und noch ein Stückchen, noch ein Stückchen, höher, höher, höher. Was heißt das? Das heißt dem Geist zu folgen. Das Gleiche ist mit dem Gebet. Du liest das Wort aus der Bibel. Du liest und nichts passiert. Und plötzlich berührt dich ein Vers. Wenn ein Vers dich berührt. Gott berührt dich Gott. Das heißt Gott möchte dir etwas mitteilen. Deswegen berührt er dein Herz. Bleib auf diesem Vers. Bleib auf diesem Vers. Bis da drin Essen ist. Wenn da seine Gegenwart über diesem Vers ist, dann bleib an diesem Vers. Aber Vater, ich habe mich entschlossen, fünf Kapitel jeden Tag zu lesen. Es ist besser, du hast einen Vers, wo Gott zu dir spricht, als die ganze Bibel in Fleisch zu lesen. Bleib dort, bis dieser Vers dich berührt. Und bete darüber. Der Herr wird dir Worte geben. Dann machst du weiter und liest weiter. Du bist wie eine Biene. Du gehst auf eine Blume. Du saugst da den Nektar aus. Dann ist sie leer gesaugt. Nichts mehr. Gehst du zur nächsten Blume. Trink von dort. Und du gehst höher und höher und noch höher in der Gegenwart Gottes. Das gleiche ist mit Lobpreis. Wir fangen an mit Lobpreis. Wie also? Nehmen wir ein schnelles Lied. Zum Beispiel, wir kommen zusammen. Wenn man mit einem einfachen Lied anfängt, werden die Leute einschlafen. Und dann werden sie weiterschlafen. Also erst müssen die Leute aus dem Fleisch aufgeweckt werden. Inderay Manchisa. Inderay Manchisa. We have the victory. You wake them up in the beginning. Then little by little you go slower and deeper in the spirit. Dann Schritt für Schritt wirst du langsamer und wirst tiefer in den Geist hinein. So there is one song lifts you up. Und du hast eine Liste von Liedern. Und wenn es ein Notfallsteam gibt, dann ist es gut, wenn alles geplant wird. Aber wenn wir dem Geist folgen wollen, müssen wir wissen, dass manchmal die Liste nicht hilft. Also falls die Liste funktioniert, dann bleib bei der Liste. Aber wenn der Heilige Geist dich in eine andere Richtung führt. Dann musst du das Feindgefühl dafür haben. Dann nimmst du ein anderes Lied her. Welches dich ein bisschen höher heben wird. Du singst das Lied, bis da nichts mehr drin ist. Wenn da eine Berührung in diesem Lied ist, dann drast du einfach weiter. Veränder nicht das Lied, weil das Lied jetzt zu Ende ist. Du kannst zum Beispiel nur einen Teil des Liedes singen. Oder das ganze Lied. Oder du kannst es so oft wiederholen, wie es nötig ist. Wenn die Gegenwart wächst. Und der Herr sagt, ich mag dieses Lied. Ich genieße dieses Lied. Deswegen komme ich in die Gemeinde. Weil der Herr unsere Musik mag. Er möchte uns auch etwas durch dieses Lied mitteilen. Jedes Lied bringt einen Geist. Jedes Lied hat eine Botschaft. Der Herr möchte etwas sagen. Deswegen müssen wir singen mit Verständnis. Und alles muss durch den Geist geübt werden. Und wenn wir zusammenkommen. Der Lob heißt. Das Gebet. Das Wort. Alles muss uns ins Allerheiligste hineinführen. Das Ziel ist, in seine Gegenwart hinein zu kommen und ihn anzubieten. Wenn wir in seiner Gegenwart sind, dann passieren die Dinge. Die Sache ist nicht einfach, dass der Prediger das Wort bringt. Wenn das Wort leer ist. Wenn da kein Geist im Wort ist, dann ist da nichts. Wenn du das Wort vom Geist wegbringst, dann ist es ein Buchstabe, der dich tötet. Deswegen brauchen wir überall den Heiligen Geist. Die, die durch den Heiligen Geist geleitet werden, sind Söhne Gottes. Wir müssen also verstehen, dass der Heilige Geist über mein Denken ist. Gott wird niemals unter meiner Kontrolle sich aufhalten. Ich muss die Kontrolle über mich und meine Kontrolle aufgeben und unter seine Führung gehen. Gott ist viel größer als meine Gedanken. Er ist viel größer als mein Verständnis über die Bibel oder über Christentum. Deswegen möchte er, dass wir es lernen, wie wir ihm nachfolgen können. Nicht, dass wir es genau wissen. Nicht, dass wir Lehren oder Doktrinen folgen, aber dass wir die Person und die Gegenwart Gottes folgen. Und er wird dir das richtige Wort geben und die Kraft, dass du alles auf dem Weg dorthin überwinden kannst. Also während der Zeit des Lobpreises, Gebet und das Wort, fangen wir an bei null. Aber Gott gibt dir ein Lied und hebt dich ein wenig hoch und du fühlst ein bisschen, ah, da ist was. Und was ist als nächstes Herr? Er gibt dir wieder ein Lied. Ein bisschen mehr. Und als nächstes Herr noch ein Lied. Und du machst weiter. Und dann gibt es ein Moment. Du versuchst dieses Lied, versuchst dieses Lied, aber du kommst nicht mehr höher und gehst wieder runter. Erlaube es nicht. Du musst dich da verändern. Vielleicht will der Herr jetzt sagen, jetzt ist Zeit für Gebet. Vielleicht will der Herr jetzt sagen, jetzt ist Zeit für Gebet. Er will vielleicht sagen, jetzt ist die Zeit für Prophezie oder das Wort zu predigen. Wir müssen feinfühlig sein für den Heiligen Geist. Und wir wissen nicht, was wirklich passieren kann, wenn seine dicke Gegenwart kommt. Dann werden die Blinden plötzlich sehen. Und dann werden die Behinderten anfangen zu laufen. Die Gelände. Ganz ehrlich, manchmal wenn die Leute sagen, bete für diesen Mann. Aber wenn da nicht genug Gegenwart Gottes ist, wenn da nicht genug Kraft ist an diesem Ort, das ist Gebet. Aber dieses Gebet heilt die Person nicht. Das Einzige, was die Person wieder mal versteht, ist, schon wieder ist gebetet worden und schon wieder gibt es kein Ergebnis. Das fängt die Person an, nicht mehr an Gebet zu glauben. Im Gebet müssen wir dem Geist folgen. Manchmal sagen die Leute, warum betest du nicht für diesen Mann oder diese Frau? Weil ich sie nicht entmutigen möchte. Ich möchte den Geist folgen. Ich sehe jetzt hier, für diese Person soll ich beten. Und wenn die Person geheilt ist, dann gibt es Freude. Und der Glaube, der geht hoch. Wir müssen das tun, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Und ich kann nur das richten, was ich den Vater sagen höre. Ja. Ja. So, 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 so. This is what I wanted to show about the walking in the spirit. Das möchte ich euch jetzt mitteilen über den wandelnden Geist. Also planen ist sicher gut. Aber wenn wir wirklich die Gegenwart Gottes wollen, dann müssen wir eine Haltung ernehmen, wenn wir zusammenkommen. Jetzt bist du Gott. Du bist der Herr. Du wirst bestimmen, was heute geschieht. Wir müssen dir folgen. Und während wir dir folgen, so gehen wir tiefer und tiefer in seine Gegenwart hinein. Und wenn du tiefer und tiefer hineingehst, dann löst er unsere Probleme, die uns belästigen. Wir brauchen ihn. Amen. Amen. Danke, Jesus. Danke, Schwester, für deine Übersetzung. Okay. Preis und Hand. So, 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 I wouldn't say my work, but anyway. Also ich konnte jetzt nicht das sagen, was ich wollte, aber egal. Ja. I believe, I believe there were some things that were profitable for all of us. Ich glaube, da waren einige Dinge dabei, die für uns alle in subsidisierten waren. Worship the Lord. Ja. So, so. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. Vielen Dank.